Was läuft, was läuft, was läuft? Freunde, wir sind hier gerade im iRoom und dreimal dürft ihr raten, was wir hier heute drehen. Was geht? Und now, es ist Teil 3 von Broken Man da. Ich hab keine Ahnung. Ey, boah, manchmal laber ich einfach irgendein Scheiß, dass ich selber nicht mehr weiß, was ich laber. Nadim zum Beispiel kann scheiße labern, aber kontrolliert das. Entschuldigen Sie, ich hätte gerne einen Wasser. Mein ganzes Rücken ist nass. Wer kommt gleich vorbei? Khalid von Rebel Comedy. Der macht hier quasi mit. Ich hab den heute auch schon in den Namen genommen. Boah, Alter. Echtig. Was ist los, Mann? Ist alles okay. Dir geht's gut. Warum denn? Du hast gesagt, dass du das nicht machst. Einfach nur noch perfekt, ja? Was geht ab, Leute? Und zwar hab ich ein paar Neuigkeiten für euch und auch einen geilen Start fürs Ostern. Fürs Ostern. Die Kamera steht. Der Platz, von dem gleich die Kommandos ausgehen werden, steht ebenfalls. Und hier ist Javos Spielwiese. Und wer Javid kennt, der weiß ganz genau, Javid ist immer bereit. Ich frag mich wirklich manchmal, was los mit mir ist. Weißt du, was ich meine? Ich war früher gelb. Bin auf die Welt gekommen, ich war gelb, Bruder. Ich war der erste Mensch, der gelb war, ja. Das war der seltsame Fall des Gelber Ring Buttons. Äh, die letzten Feinjustierungen und Feinarbeiten werden hier vom Jan durchgeführt. Und dann kann das gleich losgehen. Seid ihr bereit, oder was? Wir sind sowas von ready, Alter. Vielleicht ein paar Kommandos durchgehen. Boah, ich schäme mich doch jetzt schon, Alter. Da ist Javid, Freunde. Ich glaub, das wird die erste Folge, wo Javid auf die Fresse kriegen wird. Special guest hier. Hi, ich bin Özge. Hi, ich bin Özge. Ich heiße mich hell. Ich bin einmal richtig fett umgeknickt, Alter. Komm gut nach Hause. War's gut? War's ja schon noch? War's ja schon noch? Ja, Bruder, ich bin weg. War's schön mit dir, ja? Ciao, ciao. War's ein erfolgreicher Dreh, oder war's ein erfolgreicher Dreh? War's stark am Anfang, ne? Du hast gar keine Hemmungen, ne? Das ist unglaublich. Ey, warum packst du meinen Arsch an? War sehr gut. Ich bin sehr gespannt auf das Video. War sehr gut. Ich bin sehr gespannt auf das Video. Bro, es ist wieder eine geile Folge geworden. Mit Khalid zusammen. Ihr wart dabei. Ich bin dabei. Und jetzt heißt es, abonnieren und liken und kommentieren. Ciao.